Ob ich mich schlesen muss? Anfang halb. Grüße. Abfadeln zu einem Rechtsrecht ab im Arbeitszentrum fahrt. Aus den Mitteltitel, bitte. Die ganze Bahn. Durch die ganze Bahn wechseln, dabei Tritte verlängern. Leichtfarbe. Im Arbeitstempo aussitzen. Abteilungsschritt, Mittelschritt. Durch die ganze Bahn wechseln. Mitte der kurzen Seite, Abteilung im Arbeitstempo Trab, auf den Zegel geritten. Abteilung im Arbeitstempo Galopp, Marsch. Ganze Bahn. Durch die ganze Bahn wechseln. Auf der Wechsellinie, Abteilung im Arbeitszentrum fahrt. Auf dem Zegel geritten. Abteilung im Arbeitszentrum Galopp, Marsch. Ganze Bahn. Nächste lange Seite, Galopp-Sprünge verlängern. Im Arbeitstempo. Abteilung im Arbeitsplatz. Auf den Mittelziegel geritten, dabei Leichtfarben und Zügel aus der Hand schauen lassen. Zügel wieder verkürzen, aufsitzen, ganze Bahn. Anfang links dreht, rechts marschiert auf, Marsch. Anfang halb, grüßen. Anfang halb, grüßen. Anfang verlassen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Notice ab Untertitelung des ZDF, 2020